In den 90er Jahren gehörte Cindy Crawford zu den Supermodels und auch mit 52 Jahren macht sie noch eine gute Figur vor der Kamera, selbst ohne Make-up. Das beweist ein Selfie, das die Brünette nun via Instagram mit ihren Followern teilte. Auf dem Foto ist Cindy Crawford in einem weißen Tanktop in einem Fitnessraum zu sehen. Die Haare hat sie im Moment der Aufnahme zu einem Pferdeschwanz gebunden und von Rouge, Wimperntusche und Co. fehlt jede Spur. Dafür lächelt sie mit ihrer natürlichen Schönheit in die Kamera. Im Kommentar zum Instagram-Bild heißt es, der frühe Vogel geht ins Fitnessstudio. Bei den Fans kommt der natürliche Look von Cindy Crawford gut an, die zahlreiche begeisterte Kommentare belegen. Ich liebe es, wenn du natürliche Fotos ohne Make-up postest, schwärmt etwa ein Follower und ein anderer lobt, dass sie eine natürliche Schönheit sei. Und auch wir finden, dass Cindy Crawford gerne öfter auf Make-up verzichten kann.